Okay, und sagst, weil die Position ist mit einem neuen Kreuz markiert? Oh, ihr seid ja schnell vorangekommen. Der große Kran, der im Dock steht, ist da jemand drauf? Gib mir eine Sekunde. Soweit ich beurteilen kann, nicht. Okay, danke. Ich habe euch noch zwei begehbare Gebäude eingetragen und ein Krankenhaus, also die solltet ihr morgen halten. Okay. Der Schütze ist immer noch auf dem nördlichen Ölturm, also da könnte definitiv für euch eine Gefahr sein. Ich könnte ein bisschen Krankenhaus gehen. Ähm, genau. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir in die Richtung gehen können. Genau, dass wir in die Richtung gehen können. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir in die Richtung gehen. Weil wir müssen jetzt nicht auf die Halbdensee rauf. Wir müssen jetzt nicht auf die Halbdensee rauf. Wir werden Richtung Nordosten gehen. Das ist dann nicht auf die Halbdensee raufzukommen. Und dann irgendwie versuchen, auf die Halbdensee raufzukommen. Wobei, warte mal, Jonas, könnten wir auch schwimmen theoretisch. Passt in den Zwischenstraßen auf. Bin unter Feuer. Ja. Die Feuer, wieder. Feuer frei. Und wir gerade ein Stück zurückziehen. Die Schwennen sind viel zu lange umgedeckt. Das stimmt, ja. Wir müssen jetzt schnell ins Krankenhaus. Kam aber aus der Stadt raus, oder? Das klang selber. Mörser, Mörser. Oh, fuck. Okay, dann nach Norden weiter. Ein Einschlag. Fuck. Zieh mich nach Norden zurück, falls jetzt noch mehr kommen. Okay. Warte, hast du noch Sichtkontakt auf dem Ölkanister am Norden? Negativ. Ich will nicht, dass er mich sieht, aber ich kann da hinkriechen und den beschießen. Ne, ich meine nur, ich bin mir nicht sicher, ob das der Scharfschutz-Wog war. Ne, ich sehe ihn jetzt nicht mehr, aber der kann auch noch oben drauf liegen, weil ich sehe nur ungefähr die Hälfte davon gegen den Himmel, die andere Hälfte gegen den zweiten Kanister und da sehe ich natürlich keine Person. Wir sind auf halbem Weg zum Krankenhaus. Oh, super. Bin leicht runtergefallen, bin jetzt verletzt. Ich blute am linken Bein. Ich denke, ich werde noch meine Schussposition einnehmen und nochmal versuchen, ihn zu erwischen und danach werde ich mit Team Weiß ausschließen. Ich frage, ob wir jetzt irgendwie über die Straße rüberkommen, ohne erwischt zu werden, oder? Oder eher nicht. Ja, es gibt keinen Sichtkontakt auf dem Container. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal versuchen, rüber zu springen. Hier, wenn wir hier gleich links, also nach Nordosten ist da wieder ein Vorsprung, wo man sich hinterspricht. Gefeuert, der ist zwischen den Kanistern. Zwischen großen Ölkanistern. Läuft jetzt nach Osten wahrscheinlich. Zeigt sich an der östlichen Seite der Kanister? Ja. Ich kann feuern, ja. Ja, dann feuern, wenn du den ausschalten kannst, würde ich... So genau feuere ich nicht. Okay. Das ist dann nur unterstützungsfreie, was ich mache. Team Weiß ist ein Punkt vom Krankenhaus. Das ist ja definitiv, ja. Erstliches Ende, nordöstliches Ende. Ja, das ist ja kein Sichtkontakt mehr zu ihm. Oben ist auf jeden Fall keiner mehr, glaube ich. Ist zwischen die Kanistern wiedergegangen. Mörser! Achtung, Mörser! Einschlag! Wie ist denn schon alles gehört? Leicht verletzt, aber lebe. Verstanden. Eine Mörser-Granate haben sie noch. Werde mich jetzt zu Team Weiß zurückziehen, ich brauche Verbandsmaterial. Wir sind nördlich vom Krankenhaus an der Wand. Verstanden, ich bin nördlich vom Krankenhaus, 100 Meter. Ich würde ihm gerne entgegen gehen, auf dem Platz, auf dem wir gerade waren. Okay, mach das. Okay, mach das. Okay, mach das. Dann komm nach Norden, nach Norden, nach Norden, nach Norden, nach Norden. Versuchen wir mal einen Vorschlag von meiner Seite, dass ich mich auf das Krankenhaus begebe, von dort sollte ich eine relativ gute Schussposition auf den gesamten Bereich haben. Frage ist, ob du ungedächt hochkommst. Also auf der Seite hier, wo wir sind, ist keine Leiter. Ich? Auf meiner Seite ist eine Leiter, ja. Ich hoffe, die ist nicht zu offen, ich muss mal schauen. Na, ich weiß nicht. Na, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich meine, wenn mir jemand eine Feuerunterstützung gibt, dann könnte es funktionieren. Ich kann einfach mal draufholzen von meiner Position. Ich könnte auch Abdeckungssmoke schmeißen. Nee, Smoke wäre schlecht, weil dann haben wir unsere gesamte Position verraten. Also dann kann man hier auch nicht direkt mit der Tür. Oh, ich sehe jemanden, ich sehe jemanden. Feuererlaubnis? Ja, gegeben. Ah, einmal getroffen. Ich gehe hoch. Wo war der? Ganz hinten bei den roten Dingern. Äh, André, ich würde sagen, mit Erlaubnis von Fussel, dass das Feuer eröffnet ist. Ja. Alles klar. Und Team Weiß sollte sich jetzt hier verziehen, wegen dem Mörser. Okay, Jason, kommst du mit? Gut, gut, Jason. Gut. Dann lass uns, ähm, lass uns wieder zurückgehen, hier durch die Wand durch. Wo wo man jetzt war. Wo war ich denn der Ausgang? Hier. Okay, ich sehe Feindbewegung, ähm, südlich von dem Villa-artigen Gebäude, äh, Richtung Ölkanister gelaufen. Ähm, östliches Ende der Ölkanister ist jetzt jemand. Hat ziemlich in meine Richtung geschaut, ich muss wahrscheinlich Position wechseln. Verstanden, ab jetzt kann ich übernehmen. Okay, es wird spannend, ähm. Jetzt, hier ist es spannend, ähm, haben wir hier, haben wir Smokes? Ja, ich habe zwei. Einer ausgeschaltet. Okay. Ähm, Simlex, hast du Smokes? Ich mach den Nasch. Ups, muss ne. Das klang nicht gut, das klang gar nicht gut. Shit. Status? Status Xevit? Xevit ist down. Frequenz wechseln. Zehn runter war es. Frequenz 10 hoch, oder? Zehn runter. Punkt check. Punkt check, Fussel. Punkt check. Das klang so, als wäre jemand, äh, direkt neben ihm gewesen, hat ganz viele Schüsse abgegeben. Direkt. Simlex. Simlex, hast du Smoke? 2x blau. Sehr gut. Aber wir können jetzt nicht loslaufen nach vorne, weil das ist unser Rücken. Wenn da, wenn da einer hinter uns ist, ist es Mist, ja. Wir müssten jetzt eigentlich das Krankenhaus stürmen. Shit ey. Ja, da kommt man nicht rein. Da kommt jetzt ganz nur ein Lärter oben. Also, die Türen sind zu. Ist das nur ein Lärter? Ja, zumindest, ähm, ich war eben unten an einer Tür dran und die war, die war zu. Was ist mit vorne? Da ist da vorne so ein großer Eingang hin. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das müssen, problematisch, weil vorne ein Eingang, da können wir auch komplett vergessen. Dass wir da irgendwie hinkommen, ohne damit ganz viel schlecht drauf zu gehen. Ähm, wir könnten, ich weiß nicht, ob man hier, ähm, östlich der ganzen Geschichte hier irgendwie, ja. Ja, ähm, lass uns, ähm, nach Nord-Osten rennen und dann quasi, ähm, östlich der Mole quasi nach Süden vorstoßen. Okay. Da sind wir vielleicht gedeckt. Okay, planen ist jetzt, dass, äh, Team Weiß östlich vorstoßt. Also, ähm, am Strand lang, am Osten der Mole. Oh, sorry. Kontakt. Habt ihr sichergestellt, dass da keiner bei euch ist? Da ist jemand, äh, an der Mauer Richtung Osten. Östlich von euch ist da jemand an der Mauer, auf meiner Seite. Kann ich freuen? Das bin ich, das bin ich. Alles klar. Allerdings haben sie gerade den Scharfschützen von oben am Dach runtergeschossen. Ach, shit. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Ja. Ähm, die kriegen wir jetzt nicht. Ja, man kann das Gewehr natürlich holen. Vielen Dank. Schärfschütze ist im obersten Geschoss des Krankenhauses. 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 Ich spreche mir vorsichtig. Ja. Schärfschütze ist im obersten Geschoss des Krankenhaus. Schärfschütze ist im obersten Geschoss des Krankenhauses. 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 Das war's für ein Faber. auf dem krankenhaus läuft der gerade rum ok wir hatten jetzt hier an dem zerstöckigen haus jemanden andere wenn du dich selbstbewusst fühlst dann kommen uns hinterher wenn es nicht geht dann mach nicht oh shit ist leider von hier aus nicht zu sehen Achtung Kontakt links von dem Tank vor uns Richtung Süden Einzelne Person Bei dem Smoke Positiv Kann aber jetzt rechts auftauchen vom Tank auch Woah Woa Woa Okay Woa 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 Woa